Moin Moin aus Uelzen. Wir haben hier den nächsten Car Clinic Action Camper, der zum Verkauf steht, auf Basis VW T6.1 kurzer Radstand, 150 PS Schaltung, den haben wir schwarz matt untenrum foliert, mit paar schwarz matten Alufelgen auf Standardbereifung. Wir haben das Aufstelldach mit OpenSky Zeltbike dabei, wir haben hier noch ein Dachträgersystem mit auf dem Aufstelldach, zusätzlich noch eine 150 Watt Solaranlage, hinten die zwei Aufstelfenster im Heck, Anhängerkupplung ist dabei, Multirates links und rechts, für Sonnensegel, Busvorzelte, das Dachträgersystem ist oben belastbar bis 35 Kilo, für Surfbretter, Kitebretter, Dachboxen. Wir gehen mal einen Schritt zurück, schöne matte Alufelgen dabei. T6.1 Bieten wir an für 69.999 Euro, komplett ausgebaut, wir gucken gleich nochmal rein. Der hat unseren Car Clinic Action Cam 2.0 Ausbau dabei. 150 PS Schaltung, knapp 40.000 gelaufen, Baujahr 21. Wir machen mal auf. So, Ausbau, Car Clinic Action Cam 2.0, den kennt jetzt so langsam jeder. Den haben wir in matt weiß und matt anthrazit gehalten, passend zum Ausbau. Auch wieder mit unserem Wallers Diesel Kochzeranfeld, der Spüle mit der Glasabdeckung, Wasseranlage ist mit dabei. Da geben wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein, im Heck. Unser Kühlschrank ist dabei, die Schubladen. Wir haben hier unsere Fußbodenheizung mit dabei. Die Raimo V3000 Schlafsitzbank, die in jedem Ausbau von uns dabei ist. Wir haben hier Einzelsitze vorne montiert. Der Beifahrersitz ist drehbar nach hinten. Oben das Aufstelldach mit Bett. Kennt so langsam auch jeder. Anschauen kann man sich das jederzeit hier bei uns vor Ort. Wir gehen nochmal einmal nach hinten rum. Schiebefenster sind dabei, die echten Schiebefenster links und rechts. Machen wir mal die Tür auf. Hier haben wir unseren Frischwassertank. Der ist hier ausgestattet auch mit einer warmen Wasseranlage. Das heißt, wir haben ein 12-Volt-Tauchsie da drin. Damit können wir mit der Kaltwasseranlage warm Wasser machen. Das ist der gleichen Leitung. Wir haben hier unsere Außendusche mit hinten dabei. Tischanlage, Raimo V3000 Schlafsitzbank hinten zum Verschieben. Aufstellfenster. Jede Menge Stauraum, weil unsere Ausbauten ja alle Gasanlagen frei sind, durch das Wallers Diesel Kochzeranfeld, was auch gleichzeitig die Standheizung mit ist. LED-Beleuchtung ist mit dabei, mit Touch, mit Schalter, LED-Bänder. Unser Vintage Fußboden haben wir hier mit verspaut. Oben das Aufstelldach, jeweils mit zwei Schwanheizlampen. Schaut gerne mal rum, schaut euch das mal alles an. K-Klinik Uelzen, Zongaufeld 2 in 29525 Uelzen. Homepage, Instagram, Facebook. Unter K-Klinik Uelzen sind wir immer zu finden. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.